ja wir machen sie natürlich nieder und mir wurde vor uns habt das ganz kurz noch am start gesehen gab es etwas markiert oder eine taktik eingezeichnet dass wir eben auch mit in die mitte gehen und das werden wir jetzt auch mitmachen wir werden jetzt vom berg aus ankämpfen wie letztes mal versuchen obwohl wir wartet mal und die lassen wir voraus laufen sie braucht keine angst haben so weil mein ziel ist nämlich hier in die mitte zu gehen was ist denn das wir haben beschleunigungen bewegungsgeschwindigkeit triggeschwindigkeit aufballschaden da hört sich glaube ich je interessanter an ach du scheiße und angriff hier gehen wir mit näher hier gehen wir mit näher was macht näher weiß ich nicht beschleunigung wuhr wuhr halt auf hier kommen die dinger geflogen vorwärts vorwärts jo das war's glaube ich ach du scheiße äh geh ja die ersten mannschaft ist schon tot das war keine gute idee unser lager wird angegriffen wir müssen sie aufhalten schwerkämpfer geil ich hab nur noch fünf leute von denen nachkampfkavallerie tot jo ich würde mal sagen das war's oder unsere männer fliehen wie feiglinge alter was ist denn dieses mal los das ist doch krank das ist doch einfach nur krank die erste und die war ja richtig geil gewesen vielleicht sind bin ich einfach nicht so gut in diesen dingern vielleicht muss ich einfach mit den römern wieder kämpfen die im nächsten part wieder zu kommen halt das gibt es doch nicht hier haben wir die römer ja das war's mal mit dem port das bild ist auch ziemlich geil naja ich muss doch mit dem buffets aber mal ein bisschen was machen das machen wir mal den nächsten part oh man sieht hier cpu lex haben wir wo war das grad weit gehört das feindliche lager uns hm ob die das jetzt hinkriegen wohnen auf dem formation ob wir einfach mal nächstes mal im lager bleiben und dort alles versuchen zu beschützen Ob das eine gute Idee ist. Komm, Nokia. Ja, ich habe gedacht, ich bin schon lange tot. Exekutiert man noch so wohl. Ich bin doch schon lange tot. Okay, also hier passiert gerade nichts mehr. Ja, hier passiert noch ein bisschen was. Oh, CPU-Leck, alter. Also man muss hier noch taktisch herangehen, das merke ich. Aber wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Gut, da würde ich sagen, im nächsten Punkt mache ich einfach nochmal die Römer. Ich hoffe mal, dass ich mit den Römern ein bisschen besser vorankomme. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal zeigt euch, wenn ihr es wollt. Daumen hoch und Daumen hoch und Abonnieren natürlich nicht vergessen. Und ciao, ciao.